Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft und die Musik läuft auch wieder und im letzten Part habe ich ja erstens hier gebaut und zweitens noch ein bisschen geredet halt über meine Probleme, die mich zur Zeit privat zu plagen und zwar Prüfungen, also falls Videos jetzt nicht permanent kommen, dann habt bitte, bitte Verständnis, denn Prüfungen sind nun mal sehr wichtig, leider. Und die Treppe muss definitiv geändert werden, habe ich zwei Treppen hier, das sind alles Treppen, das sind nicht alles Treppen, würde ich es wieder austauschen, das ist im Prinzip, jetzt kann ich die Stufen draufhauen und dann theoretisch hier eigentlich Wenn ich das so machen würde, ne, da, das muss weg, das ist kein ganzer Block, ne, ne, das ist ein ganzer Block, oder, das ist ein ganzer Block, das ist ein ganzer Block, das heißt, so wäre das ein ganzer, das wäre auch ein ganzer, Das wäre auch ein ganzer, theoretisch, das heißt, wir könnten das alles ein bisschen verkürzen, das ist sehr schön, wir haben auch genau zwei Treppen und so haben wir dann auch ein bisschen verkürzt, wir haben keine Stufen mehr, sehr schön. Die Musik gerade, die läuft, ne, die geht gar nicht, was kommt jetzt, na, das geht, ist auch nicht wunderschön, aber das geht wenigstens. Also, so, wie habe ich das jetzt hier gemacht, ich habe, das sind Treppe, Stufe, 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 treppe, Stufe, Stufe, ne, genau so, jetzt muss, ne, hä? Hä? Hier habe ich das jetzt hier gemacht, wir müssen die hier erstmal hin, und dann die hier drüber, das da hin, und das ist falsch. Jetzt müsste es richtig sein, jawohl, das ist richtig, alles muss immer perfekt sein. Und wo wollte ich weitermachen? Ich wollte weitermachen, wo, 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 wo? Ich wollte genau, ach, hier, ja, 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 stimmt. Da wollte ich weitermachen, und Lehm holen. Ach ja, und ich habe gegoogelt, wie man Heuballen baut, und zwar aus 9 Stroh. Im Prinzip war meine Lehmholerei für umsonst. Ja, die war für umsonst. Das kommt davon, wenn man planlos immer an Sachen rangeht, dann schlagen sie fehl. Ach, die Musik ist gerade zu laut auf dem Ohr im Moment. Die muss ich leiser stellen. So. Ach, nicht die schöne Lieder. Nächstes Lied bitte, Dankeschön. Auch eins weiter, bitte schön, Dankeschön. Und runter. Erde ist wichtig. Immer schön einsammeln. Ach, das Heubex ist auch wunderschön ran. Ja, das muss auch gebaut werden, ganz dringend. Das ist nicht mehr tragbar. Ich komme nur sehr schlecht ran mit meinem 2 Meter Arm. Ja, wohl. Es ist ein Moment. 3 Meter sind das bestimmt. Schauen wir mal. Ein Block ist ein Meter, ne? Ja, mein 3-4 Meter Arm. Alter los, haut das Zeug weg. Wir brauchen neues Essen. Habe ich sowieso noch Steg mit? Gerade hier im Inventar. Ich habe es... Jawoll. Ich habe noch ein Steg mit. Immer ausgerüstet. So bin ich halt. Immer auf alles vorbereitet. Immer aufs Worst-Case-Szenario. Und dann will ich gleich mal gucken. Haben wir hier noch was drin? Wir haben hier nichts mehr drin. Wir haben nur Blätter drin. Dann gehe ich mal ganz kurz nach hinten und mache mal wieder Zuckerrohr klar. Denn... Davon proben wir auch noch eine Menge für unser Enchantment Haus, was ja auch noch nie fertig gemacht worden war. Das auch mal dringend gemacht werden müsste. Aber bis das mal fertig ist... Na... Könnte noch ein paar hundert Folgen dauern. Ich könnte auch bereits das Weizen ja auch schon mitnehmen. Weil... Dann wir gleich schon los machen könnten mit den... Heuballen. Und noch Kühe fördern. Denn die müssen ja auch noch sich vermehren. Denn das ist ja wichtig. Weil... Wir Leder brauchen für Bücher. Aus denen wir Bücherregale machen können. Die man ja auch zum Enchanten braucht. Denn... Den Table führt. Den haben wir ja schon den Enchantment Table. Das ist ja jetzt nicht mehr so das Problem. Der aber relativ günstig... Ja... Günstig... Obsidien und Diamanten. Weil es ordentlich Diamanten eh schon voraussetzt. Da hinten sollten Dinge entkommen, ne? Kartoffeln und Karotten. Wir müssten ja auch mal ein Dorf finden, ey. Das ist alles so... Das zieht sich so ewig hin. Wir müssen den... Wir müssen den Sachen finden und umsetzen und alles mögliche. Das zieht sich immer so Ewigkeiten lang. Und jetzt heißt das erste Mal... Gehen wir zu... Unserem Bauernhauslager-Dingens. Ja, da kommt noch mal... Das Haus wird geändert. Das kommt irgendwann mal da hinten hin. Die... Moment... Na... Wollt ihr... Was haben? Du und du... Und du und du... Und du und du... Dann sind das schon bald... Sechs Kühe... Und dann... Ja... Ist halt ne schöne gerade Zahl. Und jetzt möchte ich mir erst mal ganz kurz... Zumindest so dreimal Brot raus machen. Was ich gerade mir nirgends wohin tun kann. Die... Komm... Die Federn brauchst du nicht. Was kann hier rein? Hier rein... Papier... Teppiche... Hier rein kann erstmal das Zeug hier und das hier. Denn alles was ich gerade nicht brauche, haue ich jetzt erstmal hier in die Kiste rein. Dann... So schön hier erstmal... Uh... Drei Heuballen. Das ist ja... Schön ergiebig gewesen. Drei Heuballen. Das ist... Ist ja richtig viel. Das sind drei... Stück an der Zahl. Kann ich die auch hier abbauen? Ich kann die Gott sei Dank wieder abbauen. Oh... Gott sei Dank. Ich dachte schon das ist wie... Bücherregale wo ich da nur einzelne Heufragmente raus bekomme. Ey das wäre dann wirklich beschissen gewesen. Ähm... Crafting Table. Wo ist er? Wir wollten... Noch... Dingens bauen. Ähm... Davon... Haben wir jetzt... Genug. Fürs Erste. Ah... Steine. Ist drüben noch Stein. Auf jeden Fall ich könnte gleich mal neun brennen. Denn wir haben ja noch Cobblestone über jetzt. Einmal genau acht Kohle. Für genau acht... Äh... Cobblesteine. Cobblesteine. Hab ich noch ein Stack mit? Nö hab ich nicht. Aber drüben ist da bestimmt noch mehr. Drüben dürfte auch noch mehr Weizen sein rein theoretisch gesehen. Denn wir hatten ja auch noch was da gehabt. Nur das Brot. Das rüste ich jetzt einfach mal schnell aus. Neun Weizen. Hey das ist wirklich... Boah. Das ist ganz schön viel. Für unsere kleine Farm ist das ganz schön viel. Ja... Oh... Da ist noch Stein drin gewesen. Da ist noch Stein drin gewesen. Und alles verarbeitet. Haben wir hier zufällig noch Weizen irgendwo. Wir haben Glas im Überfluss. Wir haben ungefähr ein paar Stacks... Ein paar Stacks Glas. Glasscheiben und normal. Und wir haben auch noch so... Naja fast drei Stacks von dem Lehm. Ein paar Federn haben wir auch. Papier haben wir ohne Ende. Aber wir haben kein Leder. Auch kein Weizen. Samen haben wir hier aber noch. Ein Boot haben wir auch drin. Eine Wooden Trapdoor. Wir haben viel zu viel Mist ja eigentlich drin. Und Golderz. Und... Die haben ja auch kein Weizen drin. Die haben ja auch kein Weizen drin. Ähm... Ne. Okay, dann ist das Weizen wahrscheinlich drüben in unserer anderen Kiste. Oder haben wir jetzt immer aufgebraucht. Das kann auch sein. Wir haben ja immer gleich draus Brot gemacht. Das könnte es sein, dass es aufgebraucht ist. Eigentlich müssen die Balken in demselben Intervall stehen. Aber... Egal. Da vielleicht? Nö. Oh... Haben wir erst Weizen drin getan. Wahrscheinlich in die Grünzeugkiste. Essen. Ne. Hä? Was ist hier unten? Ach... Weizen. Grünzeug. Interessant. Mobdrop. Redstone. Bodenschätze. Ne. Okay. Wir haben jetzt ein bisschen Weizen wieder bekommen. Das ist wahrscheinlich geradeaus reicht für... Mal gucken. Wieder genau drei Stück. Wir haben jetzt sechs Heuballen. Die packe ich auch erstmal hier rein. Und dann würde ich mal gucken, wie spät wir es haben. Naja. Gleich Schlafenszeit. Das heißt, die Folge ist auch zu... Ende. Warum war die Musik aus, bitteschön? Na gut. Dann gehen wir jetzt mal schlafen. Oh. Genau. Gut getimt. Beim ersten Mal in der Folge jetzt. First Try. Und dann würde ich sagen, gehen wir wieder rauf. Und beenden die Folge. Also danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein. Tschüss. Tschüss.